Moin, in meinem Video spiele ich Solo Squad Und ja, so wie ich gerade aussehe, so waren auch die Runden, also die waren überkatastrophal Ich sage mal so, also ich sage das ist no joke, einfach klar Deutsch, es ist unmöglich Was heißt unmöglich? Es ist unmöglich Aber die Auf-, also es ist so zeitauffordern, das glaubt ihr mir nicht Also selbst wenn du eine Runde gewinnst, du kriegst da halt 10 plus Und wenn du Zweiter wirst, wird sich das einfach verdreifacht, also minus verdreifacht sich das Ich habe irgendwie teilweise für einen zweiten Kill, äh, in dem ganzen Video, habe ich einfach, keine Ahnung, Digga Zwei plus bekommen, vier plus Und ich wurde, no joke, dreimal miteinander Zweiter Und ich habe einfach gar nichts bekommen Dann bin ich dreimal aufs Baum gestorben und habe wieder alle meine Punkte verloren Das ergibt gar keinen Sinn, dieses Format, also das Ranking-System ist voll für den Arsch Ja, schaut euch auf das Video an Ab 5k Likes mache ich weiter, aber so lange fasse ich dieses Dings nicht mehr an Also das hat mich total gebrochen G2 Legendashob nicht ver- äh, äh, G2 Legendashob nicht vergessen, ich küsse Herzen und wir sehen uns dann im nächsten Video Ciao, ciao Was würdest du machen, wenn du kein Streamer wärst? Ich hätte wahrscheinlich Ausbildung als Beamter oder sowas gemacht Also Polizist im Bereich Ich finde, Polizist ist so ein einziger Job, den ich fehlen würde Ohne, ohne, ohne komisch zu sein, aber ich finde Polizist sein, also Beamter und sowas, finde ich voll geil Aber hat ja jeder seinen eigenen, ähm, wie sag ich das? Jeder hat ja so seinen eigenen Wünschberuf in dem Fall, würde ich so sagen Uiuiuiui, was eine Scheiße, Digga Ohne QUESTION Ohne Digga, was für eine Scheiße ist das hier eigentlich? Bro, Digga, wo ich diese Granate gerade reingeworfen habe, ne Digga? Ich habe so in meinem Kopf so ein Triple Feet. Ich habe Schaden genommen, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, Bro, try to juke mich, Digga. Digga, was, ein Dulli, Digga. Oh, warte, hier ist noch jemand. Bro, warte, was das hier gut ist, Digga? Hä? Na, was, eine... Boah, ich hab kurz tot gesehen. Digga, ich hab ihn pre-fired, ne? Ich hab halt, no joke, ich hab auch gerade aufgedrückt. Digga, was hast du viel Goals? Warum hab ich so gespielt? Digga, er war Ninja, der hat mich fast abgestochen. Oh, ne. Oh, Alter. Bro, das ist, also no joke, the best. No joke, nach der Mythic Scar ist das die beste Waffe, die man haben kann. Also, das ist nicht mal irgendwie ein Witz oder sowas. Digga, guck nicht, was die machen. Glaubt ihr, es ist ein Duo oder ein Squad? Naja, es ist ein Squad, Digga, ihr habt alle recht. Oh! Ich bin jung. Ich bin ja so am kochen gerade. Ich bin Chefkoch. Ich bin Chefkoch. Seine Eltern. Ich schallere gerade ja richtige Bomben, Alter. Chat, ich bin 5 Sterne Koch. Ich habe die MP liegen lassen. Nein. Boah, ich will aber jetzt nicht wieder reingehen. Digga, die Scar ist so ass. Digga, da ist ein Ninja Turtle vor mir, Chat. Ich sollte doch eigentlich schon Plus haben, diese Runde. Ich bin Top 6 und ich habe 18 Kills. Boah, Chat nicht mehr Placement. Ist mir scheißegal, Digga. Ich brauche das. Ja, ich nutze. Ja, steht vor mir, Digga. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Meine Güter. Ich schla� ine. Mir faultest du. Ja... Und jetzt fühlen die Ab toutes. Ja... Bro, Chat, also no joke, dieses Spiel macht mich grad so aggressiv, Digga. Diese Skar, Digga. Du kannst halt for real nicht gegenschießen, Digga. Es ist unmöglich, Digga. Ah, slag der gar nicht. Alles gut. Ah, bleibt ja auf dem Baum. Oha. Es leben noch alle vier von den Dubbys? Nee, oder? Digga, als ob die nicht einen von gegeneinander genockt haben. Das ist crazy. Das ist crazy. Ah, nee. Alles gut. Es liegt sich hinten hoch. Deine Oma, wirklich. Digga, wie oft muss ich euch nachknocken, Digga, damit ich stirb. Oha. 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 Hey Bro, also Bro, snipe mich den, guys So, es hin Ey, Digga, wirklich, ne Ich töte 5 Leute, Digga Und da kommen 5 Level 400 Meine Lobby rein Ey, das ist so möglich, hoch zu ranken, Digga Was sind das denn viele Lobbys, die ich bekomme, Digga Die leben förmlich in dem Game, Digga Bro, woher hast du die Mads, Digga? Bro, er hat no joke, er hat no joke, Digga Also, das ist crazy eigentlich, wie viel Mads da geparmt hat, ne Das muss man sich einfach mal bildlich vorstellen Der hat gerade Woher hat er die Bits Ja, jetzt bist du aber, jetzt hast du aber eine große Schnauze, ne Kleiner Wichser, Digga Ja, jetzt läufst du auf mich zu, ne Ja, ja, ja Komm Ich werde euch totweiben, die Gengos Oh Hm... Äh? Wow... warum hat... wo... 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 Digger, seit wann gibt's das ganze Zeug hier? Ei... Oh mein Gott... guck mal, wie das Spiel schätzt. Aaaaaaah! Das war's. Das war's. Das war's. Was ist das? Was ist das für Waffen, Digga? Und das sind dieselben Camper, die schon zuvor da drin waren. Let's go. Dafür sind in den Chat. Ihr seid die Macher. Ach, du heilige Scheiße, Digga. Ja. Ja. Das war's für heute. 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 Das reicht. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab die Schnauze voll. Ihr scheißer Loge, den Wichser. Oh mein Gott. Was für eine Scheiße hab ich mir gerade angeschaut. Und jetzt werd ich eh sterben. Jetzt kommt ein Gegner. Ich mag... Ich mag... Zugiff! 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 Thompson Bitte hat was Warum gehst du weit auf mich? Ah ich habe nichts nachgeladen ich mache ein fünf sternen koch ich bin fünf sternen koch gerade ich bin fünf sternen koch ich bin fünf sternen koch egal ich bin gar nichts ich kann nicht zielen ich bin tot oh mein gott ich bin ich bin jung warum so frech komm du gehör nur über digga oh ey das hat sich gut angefühlt digga mein mental ist wieder zurück also no joke nachdem ich so zehn dreißig mal aufs baum gestorben bin habe ich es geschafft digga ich bin da wo ich aufgehört habe ich habe drei stunden als bloß gemacht ich glaube es nicht ja du schlappschwanz ha mir ist es egal ich bin alles ich habe keine games ich habe mich abgebrochen ich habe keine games mehr chat ich habe gar nichts mehr nein ich bin tot oh mein gott ja dieser nosekin ist ein fucking demon alter und ich bin ein schwanzlutscher wie spieler hahaha das macht ja voll spaß ich bin ja richtiger abfucker ja weißt du was was willst du dagegen machen hol mal deine mate hol mal deine karte kollege hol mal seine karte ist nur noch einer ne digga das ist hier das das ist hier das monument der giganten alter digga warum muss ich gegen so ein tryhard nosekin wichser spielen digga das wäre wahrscheinlich für seine klassenkameraden digga und flex dass er non real ist digga oh mein gott du hast nicht viel lobbies bekommen ist meine erste runde oh mein gott ich habe ausgezogen ja ich versuche zu keine ich mich Also wirklich, ne? Keiner Sohn, Digga Warum machst du auf? Ich bin so schlecht, ne? Ich bin so schlecht, ne? Oh, Bass! ich werde ich nicht hatte ich werde von den starten gegangen ich weiß nicht wo ich angekleidt werde ich glaube es nicht dieses spiel was soll ich den angreifen ich habe hier bloß gemacht weil ich den win nicht bekommen habe oh mein Gott Das war's. Das hält mich, ne? Ich glaub das nicht, Digga. Jetzt muss ich wieder Purple Pump wie so ein Penner spielen. Pump die Spawn Digga. Wer hat die Medaille aber nicht die Pump? Man nimmt doch zuerst die Pump auf dann die Medaille. Seid ihr die geisteskrank, die scheiß Abfahr? Ja, der Autoshutgun. Das ist die wichtigste Waffe, die jemand haben kann. Oh, er hielt sich hinter mir, ne? Kann man sich... no joke, Digga. Mach mich nicht sauer. Okay. Bro, Chat. Ich werd gleich übelst rassistisch, ne? Nicht mal böse gemeint, aber irgendwie will ich was droppen. Wenn ich diese Autopump noch einmal sehe, dann muss ich einfach rassistisch werden, Digga. Die geben mir keine andere Wahl. Ja, wir... Ja, Bro, ich wollte die Pizza hier. Ach, danke. Warum bist du so nett? Ey, Digga, dieser Typ ist so schlecht, dass es sein Movement einfach nicht voraussehen kann, ne? Okay, mach einfach auf. Ja. Seid ihr selbst sicher, dass du schiffst? Du hast mit dem Waffen. Wernherum, was du kommst? Ja! Das ist das. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Wir haben ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Das war's. 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 Das war's.